Was bedeutet Musik für dich? Musik ist eine der schönsten oder vielleicht sogar die schönste Kunstformen, die direkteste für mich. Ich habe große Demut vor Musik, aber mache sie auch selber gerne. Also hast du alles selbst gespielt? Ich habe die Eigenkomposition selber gespielt und das andere sehr, sehr gut gefaked. Dankeschön!